Musik Ja, hallo, grüß euch, ich bin der Werner. Ich mache das Marketing für das Skigebiet in Oberkogel-Hochkogel. Wir sind jetzt gerade in Hochkogel an der Fanslob. Die haben wir jetzt fertig gebaut, samt Schnecke, samt Dundel, Steilwandkurven. Haben viel Spaß dabei und kann euch nur einladen, versucht es, kommt uns in Oberkogel-Hochkogel besuchen. Ich freue mich einfach. Musik 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 Grüß euch, hier ist der Konzl, ich bin heuer Manager in der Fanslob-Hochkogel. Das ist der Didi, das ist unser Bulli-Fahrer, zuständig für die Fanslob. Gibt jeden Tag 1000%. Kommen wir mal zum Setup. Prinzipiell müssen wir sagen, das Projekt geht in die erste Saison. Bis jetzt läuft es wundervoll, Schnee ist super. Prinzipiell ist es ein easy Setup, für jedermal machbar. Die Kids haben einen Haufen Spaß, viele Erwachsene ebenfalls. Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht. Didi Ja, also ich denke so, rein von der Beanspruchung von den Leuten wird das sehr extrem gut angenommen. Und die Präparationsarbeiten benötigen daher ziemlichen Aufwand bis zu einer guten Stunde in der Fanslob. Aber mit dem Konstantin zusammen ist das eigentlich locker zu schaffen, oder? Und wie wir jeden Tag in der Frise sind die Leute heller auch begeistert und warten schon, bis das Netz oder der Gatter aufgespart wird. Gut, dann freuen wir uns schon drauf, euch hier bei uns zu sehen. Peace, keep shredding, macht das gut, Servus hier aus Hochgoogle.